Sie sind hier, 7. September 2018, 21.48 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Georg Granger ist zurück bei der Nationalmannschaft Urheberrecht, Getty Images, die deutschen Volleyballer müssen sich Brasilien geschlagen geben. Es ist das erste von zwei Spielen der beiden. Georg Granger feiert seine Rückkehr. Die deutschen Volleyballer haben bei der Rückkehr von Diagonalangreifer Georg Granger das erste von zwei Länderspielen gegen Olympiasieger Brasilien verloren. Vor 4597 Zuschauern in Leipzig unterlag der Vize-Europameister den Südamerikanern 0 zu 3, 23 Uhr 25, 24 Uhr 26, 25 zu 27, Granger Akkus aufladen. Georg Granger hatte nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der EM 2017 in Polen eine Auszeit von der Nationalmannschaft genommen. Ich habe die Pause genutzt, um meine Akkus aufzuladen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das war mir diesen Sommer wichtig, sagte Granger. Am Sonntag treffen beide Teams in Dresden erneut aufeinander. Es ist der letzte Auftritt der Mannschaft von Bundestrainer Andrea Gianni in diesem Jahr von Sportinformationsdienst.